Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part. Die Kunst des Mordens, Geheimakte FBI. Wir sind mit unserem Niki-Mäuschen hier im wunderschönen Peru. Und ja, ich habe nicht so ganz einen Durchblick, Überblick, was ich jetzt hier als nächstes tun soll. Ich werde jetzt hier nochmal mit jedem im Dorf sprechen. Das sind ja nur zwei Leute, denn mit jedem ist auch wieder maßlos übertrieben. Er hier wird uns helfen, hat der Diego, hat es gesagt. Und jetzt schauen wir mal, er will dafür kein Geld. Vielleicht können wir ihm einen Gefallen tun oder so. Dann ist da noch eine Autowerkstatt und wir schauen uns jetzt einfach nochmal um. Ich kann Ihnen nichts anderes anbieten. Ich gebe auf. Vielleicht können Sie mir einen Gefallen tun. Ja, gerne. Ich höre. Senorita ist eine schöne Frau. Kein Mann kann Ihnen widerstehen. Jetzt werden Sie aber zweideutig. Zweideutig? Ich meine es ehrlich. Das nennt man bei uns Belästigung. Wovon sprechen Sie denn? Ich habe doch gar nichts Böses im Sinn. Ihr Gringos, ihr seid so konkret. Ähm, ja. Zurück zu unserem Gespräch. Was haben Sie eigentlich gemeint? Ich werde es gleich erklären. Glauben Sie mir, ich habe nichts Böses im Sinn. Ich höre. Hier in der Nähe ist eine Autowerkstatt. Einer meiner Gäste hat dort ein Auto ausgeliehen. Ja. Leider ist er verschwunden und hat das Auto nicht zurückgebracht. Na, das ist aber nicht nett. Das ist nicht schön. Können Sie sich vorstellen, was José Santa Maria gemacht hat? Wer? Na, der Eigentümer der Autowerkstatt. Er war noch ein Kleinkind, als ich schon dieses Hotel hatte. Und jetzt ist er ein Wichtigtuer. Okay. Ja, was hat er denn gemacht? Was hat Santa Maria also gemacht? Ha! Er hat sich einfach eins von meinen Autos geschnappt. Okay. Das macht nur ein Hosenscheißer. Statt zu mir zu kommen, um bei einer Flasche Wein darüber zu sprechen, hat er sich das Auto geschnappt. Das ist wohl gegen das Gesetz. Ich will keinen Krieg mit ihm führen. Es ist keine Kunst, einen Carabinero zu rufen. Und wenn Santa Maria ihn bezahlt, dann werde ich ihn überbieten müssen. Dann wird die Sache teurer, als dieser Schrotthaufen wert ist. Ich habe eine andere Lösung gefunden. Na, welche denn? Ich warne Sie. Ich lasse mich nicht für illegale Geschäfte ausnutzen. Wo denken Sie hin? Senorita hat doch gesagt, dass sie einen Ausflug machen möchte. Nicht wahr? Ja. Dann werden Sie diesen Geländewagen ausleihen. Und nach Ihrem Ausflug werden Sie ihn vor meinem Hotel parken. Und das war's. Der Rest ist mein Problem. Okay. Ich muss doch das Auto zurückbringen und bezahlen. Sie werden sowieso alles im Voraus bezahlen müssen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und nach Ihrem Ausflug nehmen Sie eine Dusche und Sie werden mich bitten, das Auto in die Werkstatt zurückzubringen. Und das war's. Ist er ein Hitzkopf, dieser Santa Maria? Nein. Eigentlich ist er ein netter und ruhiger Junge. Ich gehe zu Alvarado, um das Treffen zu arrangieren. Und Sie schauen sich Santa Maria an und entscheiden dann, was zu tun ist. Alles klar. Also gut. Ich kann es versuchen. Denken Sie dran, dass es ein alter Geländewagen ist. Okay. Denken Sie dran. Ja, mach ich. Alles klar. Ja gut, dann wissen wir jetzt ja doch, was wir tun sollen. Dann huschen wir jetzt wunderbar zur Autowerkstatt zurück. So oder so muss ich Geld mitnehmen. Ja, gerade eben wusstest du ja nicht, wie man den Geldautomat bedient. So. Im letzten Part wollte ich dann nämlich schon die Karte reinstecken und dann hat sie gesagt, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Okay. Der Geldautomat hat die Karte akzeptiert. Ich hoffe, er spuckt das Geld aus. Ja, warum sollte er das nicht? Ähm, Cash bitte. Ähm, hallo? Tastatur des Geldautomaten? Ach so, ist es hier nicht. Ich habe Geld. Ab geht's in die Werkstatt. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, aber der hat wohl noch keinen Touch. Ähm, vielleicht gab es das zu der Zeit. Vielleicht war das, als das Spiel rauskam, noch nicht so verbreitet mit dem Touch. Man weiß es nicht. Aber ich habe jetzt Geld. Das ist doch gut. Dann, ähm... Ach nein. Nein. Ach nein. Ja. 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 Ach, schön, ja. Sehr, sehr gut. Ich brauche ein Auto. Wir haben hier nur die besten Modelle. Ja, ich brauche aber einen Geländewagen. Einen alten. Ich brauche ein Auto. Wir haben hier nur die besten Modelle. Ähm, guck mal. Kann ich ihm das Geld schon geben? Und wenn ich es nochmal versuchen würde? Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, dann, ähm... Hä? Das ist ja merkwürdig. So, dann, ähm... Versuchen wir hier mal aufzumachen, oder was? Siehsam. Öffnest du dich? Okay, nee. Das geht irgendwie nicht. Ähm, angucken. Garagentor. Dann sprechen wir nochmal mit ihm hier. Vielleicht können wir da was machen. Ich brauche ein Auto. Wir haben... Ja. Und nun? Tja. Okay, aber das haben wir ja schon alles angeschaut. Jetzt... Ach, das ist ja doof. Bin ich ja genauso weit wie vorher. Na, das ist ja blöd. Okay. Chevrolet Impaler 1902. Ja, das hatten wir schon mal. Hier können wir den Fotoapparat nicht an den Platz für den Fotoapparat tun. Da brauchen wir noch irgendwie ein Stativ. Und... Tja. Und nun? Gute Frage. Naja, komm. Dann gehen wir hier nochmal weiter. Was soll ich machen? Ich sehe hier nirgendwo den Geländewagen von Don Diego. Ja, genau. Dann husch mal weiter. Na, immerhin, ähm... Hat sie das bemerkt. Jetzt, ähm... Können wir hier... Sprechen wir mit ihm nochmal. Hallo? Ähm, Diego? Ich hab hier... Ich hab dein Auto da nicht gesehen. Jetzt laufe ich da schon wieder so langsam hin. Okay. Dort gibt es keinen Geländewagen. Genau. Da muss einer sein. Vielleicht steht er in der Garage. Ah, das kann sein, ja. Auf die Idee hätte ich auch selber kommen können. Aber nein, da muss ich dann extra wieder zu Diego hinlaufen, damit er mir das sagt. Ach du meine Güte. Also, auf geht's. Also, auf geht es. Ta-da-da-da. Jetzt klicken wir aber erst so. Hier, komm. Und dann quatschen wir mit ihm. Machst du das Garagentor auf, bitte. Kann ich mir die Garage anschauen? Wozu? Haben Sie dort nicht einen Straßenkreuzer versteckt? Nein. Meine Schwester bewahrt dort ihre Fotoausrüstung, Stative, Reflektoren und andere Sachen auf. Oh. Ich würde gerne ein Foto von Ihnen machen. Das trifft sich sehr gut. Ich bin sehr fotogen. Vielleicht vor diesem Chevrolet dort. Gerne. Ein Stativ wäre nicht schlecht. Können Sie eins aus der Garage bringen? Oh. Ist das wirklich notwendig? Ja, bitte. Bleiben Sie so stehen. Es wäre schade um diese Pose. Ich hatte es ohnehin nicht vor. Dann werde ich es holen. Ja, okay. Dann holen wir das jetzt. Das ist alles klar. Hier ist also das Prachtstück. Naja, Prachtstück ist auch was anderes. Jetzt kann ich ein Foto schießen. Gut, jetzt nehmen wir das Stativ. Wir machen die Fotoapparat auf das Stativ. Nun ist der Fotoapparat vollständig. Ach ja, man kann auch fotografieren tatsächlich ohne Stativ, habe ich mir sagen lassen. Vor allen Dingen, weil da auch eine Mauer ist. Da hättest du das genauso draufstellen können. Aber ja gut, egal. Ach guck, jetzt sitzt er da auf dem Auto. Wie nett. Okay. Okay. So. Und jetzt ein Lächeln und wir machen das Foto. Ja, sehr schön. Dann sammeln wir das wieder ein. Ich nehme den Fotoapparat mit. Ach, das Stativ lässt er jetzt hier stehen oder wie? Ein perfekter Ort, um den Fotoapparat aufzustellen. Okay. Jetzt quatschen wir nochmal mit ihm. Das ist ja sehr gut. Okay. Wissen Sie was? In der Garage steht irgendein Auto. Das ist möglich. Ich war schon lange nicht mehr dort. Es ist ein Geländewagen. Da wird sich meine Schwester aber freuen. Ja, aber kann ich den nicht ausleihen? Natürlich. Dann möchte ich ihn für zwei Tage ausleihen. Kein Problem. 100 Dollar. Zahlbar im Voraus. 100? Solche Schrotthaufen kann ich für 50 Dollar ausleihen. Sie können ihn für 50 haben. Aber Sie werden nirgendwo hin damit fahren können. Wie denn? Sie haben doch gesagt, dass er anspringt. Ja. Das habe ich gesagt. Aber er springt nicht sofort an. Wann dann? Nachdem ich daran rumgeschraubt habe. Das kostet weitere 50 Dollar. Also insgesamt 100. Ach, jetzt verstehe ich. Sehr, sehr gut. Da kommen Sie morgen früh wieder. Das Auto wird vor der Werkstatt stehen. Ähm... Das war eine dumme Idee. Ach so, ich habe gedacht, ich kann ihn schon mal bezahlen. Ist da noch irgendwas sonst? Nee, ne? Wir gucken hier nochmal überall kurz... Hier sind da zwei Sachen. Stativ und... Ah, da muss ich gleich auch mal gucken. Hier war ja nichts weiter, ne? Ach doch, hier liegt noch was. Was ist das? Ein Lager. Ja, dann nehmen wir das Lager mit. Ach so, ein Kugellager. Okay. Und was waren das hier beides für Sachen? Guck mal, zwei. Stativ und Platz für Fotoapparat. Ach so, das Stativ kann ich aber nicht wegnehmen. Die Holzbank. Okay, ich glaube, den Rest haben wir hier gesehen, oder? Das Fahrrad, die Garagentür, das Autowrack. Ja, das haben wir gesehen. Dann huschen wir wieder ins Hotel, ne? Morgen früh. Dann können wir Diego ja sagen, morgen früh kriegen wir sein Auto ausgeliehen. Sogar frisch repariert, sozusagen. Das ist ja gut. Okay, 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 okay. Dann bin ich ja mal gespannt. Ähm, hier. Ich hab dein Auto gefunden. Mensch. Senorita. Ja, ich hab das Auto gefunden. Senorita. Ähm, sag... Wie, Senorita? Okay. Ähm... Hm, hab ich da noch irgendwas vergessen jetzt, oder? Warte mal, dann quatschen wir mit dem mal noch. Das ist halt immer so verwirrend, weil man die Gesprächsoption öfter anklicken muss. Das ist, ähm... Obwohl das jetzt schon Partschlag mich in die Pfanne ist, ist für mich immer noch so ungewohnt. Okay, quatschen wir nochmal. Hier ist das Geld. Bitte. Stecken Sie es mir in die Hosentasche. Ich habe dreckige Hände. Was? Das kommt nicht in Frage. Zahlbar im Voraus. Kein Geld, kein Auto. Ähm... Ich lege es unter das Radlager. In Ordnung. Wenn Sie kaltes Metall vorziehen... Ich lege es unter das Radlager. In Ordnung. Wenn Sie kaltes Metall vorziehen... So, und jetzt? Das ist keine gute Idee. Und wo soll ich das jetzt hinlegen? Das Geld? Diese Sachen passen nicht zueinander. Ja, aber wo soll ich denn das jetzt hin? Hä? Okay, das ist ja merkwürdig. Wo soll denn das jetzt... Durch lagerbeschwertes Geld auf die Holzbank vielleicht noch? Hm. Ja, das geht. Okay. Alles klar. Dann sagen wir ihm jetzt, das Geld liegt da. Kann er sich dann nehmen, wenn er sich die Flossen gewaschen hat? Gerne. Ja, siehste. Der hat mich auch gehört. Ja, dann können wir jetzt Diego Bescheid sagen. Das Geld ist bezahlt. Das Auto können wir morgen früh abholen. Einwandfrei. So. Diego, ich habe das hier organisiert jetzt mit deinem Auto. Buenas tardes, Senorita. Guten Abend. Und wie lief's mit Santa Maria? Hat er gebissen? Zum Glück nicht. Ich habe das Auto von ihm ausgeliehen. Perfekt. Ich kann es jedoch erst morgen abholen. Der Mechaniker muss noch etwas daran arbeiten. Das ist wirklich schnell, wenn man seinen Zustand bedenkt. Nur fahren sie nicht zu weit damit. Sie könnten Schwierigkeiten bekommen, ihn wieder zurückzuholen. Alles klar. Okay. Und wie sieht's aus? Genau. Ja, natürlich. Ich habe es doch versprochen. Und? Das Haus ist verbarrikadiert und abgeschlossen. Aber ich habe meine Methoden. Wird er sich mit mir treffen? Ja, das haben sie mir zu verdanken. Ach, das ist ja sehr schön. Danke. Wie komme ich in das Haus? Soll ich einfach anklopfen? Nein, das bringt nichts. Was dann? Das Foto wird ihr Passierschein sein. Sie müssen es durch den Türspalt durchschieben. Ich verstehe. Jetzt essen Sie eine Kleinigkeit. Ähm, nochmal? Einen Augenblick. Wann muss ich da sein? Um acht. Aber keine Eile. Wie? Das ist er schon bald. Ich muss eher los, da ich die Stadt nicht kenne. Und was wird aus dem Abendessen? Ich esse, wenn ich zurückkomme. Bis dann. Wissen Sie was? Lassen Sie den Fotoapparat hier. Es wird schon dunkel und jemand könnte Ihnen die Kamera abnehmen wollen. Ich komme zurecht. Ich will nicht zurück aufs Zimmer. Ich will schon los. Ich will Ihnen keine Angst machen, aber Sie wissen nicht, was für Mittel die haben. Legen Sie sie auf die Anrichte. Sie können sie morgen mitnehmen. Also gut. Einen schönen Abend, Senorita. Okay, ach so, jetzt ist mein Fotoapparat. Ist der jetzt hier wieder auf der Anrichte? Aber... Einen schönen Abend, Senorita. Okay, jetzt gucke ich mal, ob der da ist. Das ist ja an mir vorbeigegangen, dass die den da jetzt... Okay. Ja, aber hier ist der gar nicht. Mein Fotoapparat ist wegverschwunden. Okay, aber da es ja auch jetzt schon kurz vor acht ist und unsere liebe Niki jetzt fast schon ihr Treffen mit Alvarado hat. Alvarado hieß der, ne? Juan? Oh Gott. Oh Gott, ich kann mir den Namen nicht merken. Ja, würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part dann weiter und werden uns dem Gespräch mit dem Werten Alvarado zuwenden. Und mal gucken, was der wohl sozusagen hat zu dieser ganzen Mordsituation. Ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, die Kunst des Mordens. Geheimhakte, ne? Geheimakte FBI. Ja, und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage tschau, tschau. Nein, bis dahin wünsche ich euch ich euch! Untertitelung des ZDF, 2020